So, jetzt wollte ich gerade mal eine volle Piste filmen. Jetzt gelingt mir das wieder nicht. Aber man sieht hier einen schönen Eindruck. Da drüben sieht man noch einmal zwei, drei Pisten. Also es sind schon ein paar Leute unterwegs. Wenn ich das jetzt so addiere, sind es mehr als 100 Leute. Also die Veranstaltung muss dringend geschlossen werden.